Hallo Leute und herzlich Willkommen zu etwas fürchterlich Neuem, zu Counter-Strike Nexen, Zombies. Was davon zu halten ist, weiß ich noch nicht. Kevin hat es mir gesagt, dass gestern Nacht oder gestern Abend kam es irgendwie ins Team raus und es ist free to play und es trägt den Namen Counter-Strike und das Wort Zombies. Von daher bin ich davon ausgegangen, es muss eigentlich cool sein. Aber dann kam ich in dieses Menü, Hauptmenü und das erinnert mich schon mal wieder gar nicht mehr an Counter-Strike. Ich weiß nicht, es sind alles nur Vermutungen, dass da der Name einfach nur benutzt wird, um das Spiel populär zu machen, auch wenn es schlecht ist. Ich möchte mir jetzt noch kein Urteil zu fällen, weil ich habe ja noch gar keine Erfahrung und so. Also die Auflösung, dafür kann ich nichts, die lässt sich hier im Menü komischerweise nicht einstellen, erst im fertigen Spiel. Komisch, hier hatte ich gestern noch Klassen irgendwie zur Auswahl. Das ist jetzt irgendwie weg. Also es gibt die Counter-Strike Skins und die Counter-Strike Waffen. Wohlgemerkt, ich glaube Counter-Strike 1.6, also kein CSGO oder so. Versuchen wir es doch einfach mal mit dem Schnelleinstieg. Eigentlich wollten wir gestern nämlich aufnehmen, aber da hat das nicht funktioniert. Die Spielmodi sind schon so verwirrend. Zombie-Held, Zombie-Szenario, Zombie-Flucht, Zombie-Unterschlupf. Ähm. Ich würde halt einfach mit Zombie-Held mal anfangen. Oh. Ein Mensch? 16 Menschen? Hä? Versuchen wir mal anzufangen. Schauen wir mal. Oh, das geht schon mal besser. Gestern habe ich hier schon eine Fehlermeldung an der Stelle bekommen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt mache ich mal einen Cut. Nicht, dass das mir die Aufnahme versaut. Okay, mein Cut hat nicht funktioniert. Oh, mein Gott, die Sound. Oh, mein Gott. Okay. Also, die... Ja, gut, die... Da ist ein Zombie, schieß! Schieß! Ich weiß jetzt nicht, wo, in welchem Modus die Zombies von Spielern oder von der KI gesteuert werden. Aber das ist immer noch zu laut. Die Map kenne ich auch, das ist, äh, Assault. Okay, jetzt verstehe ich, wieso die ganzen Leute immer so fette Wummen standardmäßig ausgerüstet haben, weil der einfach ordentlich draufkeulen muss. Der geht hier spazieren und sucht schöne Skins. Ah, hier ist die Munitionskiste. Und jetzt ist er auch ein Zombie. Jawoll! Äh, das hier scheint die einzig vernünftige Stelle wohl zu sein. Und sich halbwegs sicher vor den Zombies fühlen kann. Aber das hat jetzt nicht viel irgendwie mit Counter-Strike oder mit einer Zombie-Apokalypse zu tun, sondern einfach nur mit Hau den Lukas. Einfach, sobald was rausschaut, drücken. Ja, super spannend. Alle campen hier drin. Hm. Ja, wow. Mega awesome. Äh, ja, kauf einfach mal das hier. So kaufen, jawoll. Mach mal. Oh mein Gott, ist meine Maus lame. Oh mein Gott. Oh scheiße. Jetzt, jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Oh mein Gott, immer noch zu lame. Hätte er mich vielleicht früher mal drum kümmern dürfen. Sollen, müssen. Da steckt er sich. So, jetzt nicht gefressen werden, bitte. Oh nein, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Ich warte mal hier. Da sind welche. Hm. Ah, Penner. Ja, ich hab's kapiert. Ah, da unten sind die. Oh fuck. Oh, ja. So schnell wird man zum Zombie. Ähm, ja. Bäm. Ja, der Rest hockt da oben wieder drin. Was kann ich jetzt als Zombie mit G? Habe ich irgendwie ein Fußbild, aber... Ah, da werde ich schneller. Okay. Ähm, die Maus noch ein bisschen schneller. Jetzt kenne ich, wie schnell ich die brauche hier. Dann versuche ich jetzt auch mal schnell in diesen Lüftungsschlitz zu gehen. Wenn das so... ...lukrativ ist. Ah, da hängen die rum. Hier. Servus. Ich komme irgendwie nicht weiter. Ja, ich komme nicht weiter, Leute. Herzer. Also, Ziel des Spiels ist es jetzt einfach die ganze Zeit hier zu hocken und... Toll, jetzt bin ich auch noch fest. Ich steck fest. Ich steck einfach fest. Zwischen den ganzen... ...hoch aufgelösten... ...Manschkelle. Hm. Also, bis jetzt habe ich echt einfach so das Gefühl, dass es... ...einfach echt nichts Besonderes... Ähm, das ist einfach eine... Ich schieße mal mit. Hier wird einfach der Name Counter-Strike genommen, um ein Spiel populär zu machen, was vielleicht... ...ohne diesen Namen niemals so populär geworden wäre. Meine Idee ist gut zu... ...Counter-Strike mit Zombies. Aber ich glaube, die Umsetzung ist... ...haupt geht es darunter. Ihr seht, die Umsetzung ist nicht ganz so... ...spaßig. Und tschüss, mein Freund. Hahaha. Cool, Fetty stirbt nicht. Stirb, Fetty. Kannst mir nichts machen, Fetty. Fetty. Bam, 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 bam. Oh, mein Gott. So, gut. Dann kümmert ihr euch um den Scheiß. Dann warte ich einfach hier. Ja, ist natürlich fütulich spaßig, hier 10 Minuten dann in diesem Lüftungsschacht zu hocken. Ich denke, das ist auch ganz im Sinne der Spielemacher. Nicht. Ne, also bis jetzt... Bäm, 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 bäm. Bis jetzt halte ich noch nicht viel von dem Spiel. Ich werde aber noch andere Modi ausprobieren. Vielleicht liegt es daran. Licht, Dunkelheit, Licht, Dunkelheit. Wenn ich jetzt natürlich runterfalle, habe ich ein Problem. Dann kann ich eigentlich gleich Zombie spielen. Human wins. Oh, da leben noch welche. Ich wollte jetzt da runterjumpen. Dann kaufen wir halt auch mal so ein Oschi, wenn die allen mit sowas rumlaufen. Weil ich mir das leisten kann. Jo, schaut gut aus. Jetzt einfach schnell wieder mega langweilig in diesen Lüftungsschlitz rein. What the fuck? Okay. Okay, dann bin ich halt doch ein Zombie. Geh! Hinter dir, Bastard! Hinter dir! So. Ich glaube, ich bin ganz gut als Zombie. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier mitspielen. Aber ich denke, der Rest wird im Lüftungsschlitz hängen. Keine gar keine Türen aufmachen. Doch, kann ich. Aber schon, ob hier noch was rumläuft. Oh, bobo. Tu mir nicht weh. Aua, 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 aua. Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht bewegen, wenn ihr auf mich schießen. Das ist ja vollknorkel. Ich warte auf euch. Na gut, dann komme ich halt. Aber ich kann die Tür. Doch, ich kann sie wieder aufmachen. Ja, jetzt kann ich einfach nur da rein und hoffen, dass ich nicht sterbe. Berserker! Ne, da kommst du gar nicht dagegen an, Mann. Gegen dieses... Ha. Das ist doof, weil du, du, du kommst nicht näher, weil durch dieses Chat ständige, ununterbrochene Ballere, du wirst du einfach ausgebremst. Das ist schon echt, irgendwie echt lame. Warum habe ich einen Links- und Rechtsklickangriff, wenn die Countess doch eh mit einem Treffer schon kaputt sind? Versteckt sie hier noch einer? Nein. Meine Vorratskiste! Mein Rex! Mein Rex! Ja, dann genießen wir halt ein bisschen die Map. Hier haben wir eine Waffe, können wir die aufnehmen? Nein. Machen wir noch ein bisschen schneller hier. Schaut da nochmal rein. Da ist aber auch nichts. Funktionieren hier eigentlich die Kameras? Tatsache, so können die funktionieren. Und da habe ich so... Habe ich da nicht einen gesehen? Ja, mega spaßig. Dann kaufen wir das wieder so. Und schnell ins Häuschen. Oh, fuck. Jetzt hat er ja ein Problem. Ja, war ja klar. Scheiße. Mal schnell nachladen. Und hoffentlich von hier noch ein bisschen. Sprayin! Mann, verpisst euch! So, und jetzt würde ich da ganz gerne reinkommen. Geh weg! Ich will da rein! Ah, blöder Idiot. Verpisst dich! Oh, du! So, das hast du da vorhin, Opfer. Und die Restlinien sind eher alle wieder schon jetzt im Lüftungsschlitz. Von daher ist rumlaufen fast schon wieder total sinnlos. Da oben hockt noch einer. Den versuche ich mir mal zu kaufen. Ich habe mich doch erwischt! Oh, Mann! Schneller! So, ich schneide ihm den Weg ab. Aber auch nicht. Zehn Punkte habe ich. Ich nehme halt auch mal die. Was ist jetzt los? Ah, okay. So, mal schauen, ob ich es diesmal wieder schaffe, in den Schlitz reinzuklettern. Höhöhöh, Schlitz! Also, dieser Modus hier ist echt lame. Das ist einfach nur auf einem Punkt auf der Map, der sich halt besonders gut dafür anbietet, dann campen und einfach sprayen. Mehr nicht. Mehr ist das nicht. Boah, Scheiße! Einfach sprayen. Einfach sprayen. Wird schon nichts passieren. Problem ist, ich muss nachladen. Und ich bin down. Berserker! Eins! Und noch eins! Ja, da hinten rennt er weg. Ich habe leider kein Berserkers Power mehr. Jetzt aber. Bam! Nee, also von dem Modus halte ich nicht viel. Vielleicht sind die anderen besser.